Der komplette Markt erlebt einen Rücksetzer, das FOMC-Meeting ist überstanden, es gibt neue News für den FTX und Celsius Rückzahlung und wir haben einen Air-Job in Millionenhöhe. Das und noch vieles mehr besprechen wir heute im Video. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Nathalie, ich bringe euch jeden Tag den neuesten Krypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne ein Like da. Da wir ja ein Monthly Close für Bitcoin hatten, springen wir auch mal auf die monatliche Chart von Bitcoin, da ich dort etwas Interessantes gesehen habe, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Und zwar, wenn wir uns die nun geschlossene Januar-Kerze mal anschauen, dann sehen wir, dass es eine Spinning-Top-Candle ist. Diese zeigt des Öfteren eine Trendumkehrung an. Wenn wir uns jetzt mal die früheren Tops für Bitcoin anschauen, dann sehen wir die gleiche Kerze einmal hier und auch hier. Und jedes Mal danach sind wir dann nach unten gegangen. Da wir ja schon öfters auf diesem Channel über die Mid-Cycle-Correkte gesprochen haben, könnte dies nun ein weiteres Zeichen dafür sein, dass wir weiter korrigieren werden. Wenn wir uns dazu dann auch noch den Stochastik anschauen, dann sehen wir, dass dieser sich nach unten kreuzt, sobald wir unter den 39.420 Dollar schließen. Wenn wir uns dazu dann auch noch die Rainco-Chart auf dem Daily-Timeframe anschauen, dann sehen wir, dass wir auch hier seit langem wieder eine rote Kerze sehen. Rainco-Kerzen werden anders als normale Kerzen berechnet und zeigen dadurch einen genaueren Trendwechsel an, da sie kleine Preisbewegungen rausfüllen und nur das große Ganze anzeigen. Jedoch ist die Kerze erstgültig nach einem Close, also morgen. Dann habe ich noch diese Chart für euch und diese zeigt uns ebenfalls, dass eine Korrektur mehr als fällig ist. Das Open Interest ist nämlich super hoch, jedoch kommt kein neues Geld in den Markt. Wenn wir mal schauen, wo das Open Interest historisch gesehen auf so hohen Ständen war, dann sehen wir hier mit dem blauen Punkt markiert, war es jedes Mal ein Top für Bitcoin. Einmal hier, dann hier und auch hier. Klar kann es noch weiter nach oben gehen, jedoch wäre eine Korrektur auf jeden Fall gesünder für den Markt. Jetzt lasst uns auch mal wie versprochen zum FOMC-Meeting kommen, was ja der Hauptgrund gewesen ist, warum wir gestern bei den traditionellen Märkten und entsprechend auch bei Bitcoin so einen kräftigen Rücksetzer gesehen haben. Ich hatte euch ja die letzten Tage schon gesagt, wie wichtig das FOMC-Meeting sein wird und vor allem auch die Pressekonferenz, die danach stattfindet. Das Ding ist nämlich, für alle, die schon länger auf meinem Kanal dabei sind, die wissen auch, dass ich damals schon im Dezember ganz stark davor gewarnt habe, dass der Markt und die FED miteinander kämpfen. Ich habe euch damals den Dotplot von der FED gezeigt, auf dem man sehen kann, welche Zinserwartungen die FED für die kommenden Jahre hat. Hier die gelben Punkte, das sind die Erwartungen, die die einzelnen FED-Mitglieder hatten. Und jetzt kommt das Spannende. Man sieht nicht nur, was die FED erwartet, sondern man sieht auf diesem Chart hier noch direkt, was der Markt erwartet. Und obwohl die FED immer wieder kommuniziert hatte, dass sie es vorsichtig angehen lassen möchte und einen Zins fürs Jahresende von 2024 von 5,125% erwartet hatte, hat der Markt einen Zins von rund 4% eingepreist. Das heißt, der Markt ist davon ausgegangen, dass das, was die FED sagt, nicht stimmt. Und als die FED dann sogar bei ihrer Rede noch darwischer geworden war und gesagt hat, dass die Zinsen vielleicht doch früher gesenkt werden könnten, haben sich die Erwartungen nicht angeglichen. Die Erwartungen des Marktes sind tatsächlich noch extremer geworden. Die FED hat beispielsweise drei Zinssenkungen erwartet, der Markt hingegen sechs. Auf jeden Fall, nachdem der Markt überbullisch gewesen ist, hat Paul jetzt gestern in der Pressekonferenz noch einmal eine Kehrtwende gemacht und gesagt, dass anders als vom Markt erwartet im März keine Zinssenkung geplant ist. Und das hat natürlich den Markt verschreckt und wir sind nach unten gegangen. Ich schätze mal die Tatsache, dass die Inflation letztens noch zugenommen hat, hat die FED wieder etwas vorsichtiger werden lassen, weil sie auf keinen Fall riskieren möchte, dass es wieder zu einer Situation wie in den 70er Jahren kommt, wo die Zinsen zu früh gesenkt wurden und die Inflation zurückgekommen ist. Damals hat es zwei Rezessionen gebraucht, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Interessant ist, dass ich diesmal keinen Dotplot finden konnte. Es scheint so, als hätten sie diesmal keine veröffentlicht. Vermutlich wollen sie den Markt etwas im Unklaren darüber lassen, was sie für das Jahr erwarten, damit der Markt sich mit seinen Prognosen vielleicht etwas zurückhält. Soviel schon mal zum FED-Meeting. Und jetzt lass uns mal zu einer anderen interessanten Sache kommen. Vorgestern hatte ich ja berichtet, dass in Sachsen 50.000 Bitcoin im Wert von 2 Milliarden Dollar aus dem illegalen Streamingdienst Movie2K sichergestellt wurden. Und nun geht es in England weiter. Wie jetzt nämlich während einer Gerichtsverhandlung rausgekommen ist, hat die britische Polizei nämlich 61.000 Bitcoin im damaligen Gegenwert von 1,78 Milliarden Dollar beschlagnahmt, die scheinbar aus dem Investmentbetrug in China stammen. Interessant dabei ist, dass die Beschlagnahmen der Geräte, auf denen die Bitcoin gespeichert gewesen sind, schon 2018 stattgefunden hat. Obwohl sie, so wie ich das verstanden habe, erst 2021 dann den Zugriff auf den Bitcoin bekommen haben. Jetzt habe ich heute schon des Öfteren gehört, dass das zusammen mit dem beschlagnahmten Bitcoin aus Deutschland einen extrem zusätzlichen Verkaufsdruck bedeuten könnte. Aber ich finde gerade das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich mal überlegt, dass die Bitcoins schon vor über 5 Jahren beschlagnahmt wurden, dann zeigt das doch eher, dass so eine Veräußerung länger dauert, als man erwarten würde und es deshalb wahrscheinlich nicht noch in diesem Bullmark passieren wird. Ich schätze vor allem auch, dass zunächst mal die Gerichtsverfahren komplett beendet sein müssen, in England sowie auch in Deutschland, bevor es dann überhaupt erst rechtens ist, dass die Bitcoin verkauft werden dürfen. Und wer von euch schon einmal ein Gerichtsverfahren in Deutschland beobachtet oder mitbekommen hat, der weiß, wie lange sich so etwas ziehen kann. Aus diesem Grund muss ich sagen, klar, langfristig könnte das irgendwann mal einen gewissen Verkaufsdruck bedeuten. Genauso wie wir schon seit 10 Jahren wissen, dass die Mangogs Bitcoin irgendwann einmal einen Verkaufsdruck bringen werden. Und wir auch wussten, dass die Grayscale Bitcoin einen Verkaufsdruck bringen würden, sobald die Spot ETFs kommen. Mein Zeithorizont richtet sich allerdings im Moment hauptsächlich von jetzt bis zum Ende des Bullmarks. Und da muss ich, um ehrlich zu sein, sagen, sehe ich die Wahrscheinlichkeit als eher gering, dass die Bitcoin tatsächlich ihren Weg auf den offenen Markt finden. Und selbst wenn, wie wir ja in den letzten Videos auch immer wieder an den Charts gesehen haben, ist jeder Dip, den wir vor dem Halving haben, einfach nur eine gute Kaufgelegenheit. Als nächstes möchte ich mit euch über den Jupiter AirDrop von gestern sprechen, der einer der krassesten AirDrops in der Geschichte gewesen ist. Und tatsächlich hat es hier ein 17-jähriger Junge geschafft, einfach einen AirDrop im Wert von einer Million Dollar zu bekommen. Eine Million Dollar, das ist der Wahnsinn. Jetzt muss man allerdings sagen, er hat es sich wirklich verdient. Es war nicht nur Glück. Er hat jeden Morgen mehrere Stunden auf den AirDrop hingearbeitet. Dazu hat er verschiedene Jupiter-Tools genutzt, unter anderem Token geswappt, Limit-Order gesetzt, Dollar-Cost-Average betrieben und zu anderen Blockchains gebridged. Und das hat er die ganze Zeit hin und her gemacht. Ich muss ehrlich zugeben, ich kenne es ihm. Wer es mit 17 Jahren so drauf hat und auch wirklich so viel Zeit und Disziplin und Arbeit reinsteckt, der hat es sich auch einfach verdient. Der Preis von Jupiter ist allerdings direkt nach dem AirDrop extrem nach unten gegangen, was ja auch absolut Sinn macht. Ihr dürft nicht vergessen, wie viele Menschen quasi Geld geschenkt bekommen haben. Selbstverständlich wird da der Großteil der Leute erst einmal Profite mitnehmen. Tatsächlich könnte das allerdings sogar eine ziemlich buddische Sache werden. Das Ding ist nämlich, ich weiß nicht, wie viele von euch damals schon im Kryptomarkt gewesen sind, aber vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Uniswip-AirDrop, den wir damals im Jahr 2020 gehabt haben. Das ist der größte AirDrop gewesen, den wir bis jetzt in der Geschichte gehabt hatten und super viel Geld aus dem Uniswip-AirDrop ist dann natürlich in die anderen Altcoins geflossen. Und wir hatten die legendäre DeFi-Summer-Altcoin-Season. Etwas ähnliches könnt ihr jetzt auch passieren, da wieder einiges an Profiten aus Jupiter in die anderen Projekte fließen wird. Im Übrigen, falls ihr den Jupiter AirDrop verpasst habt, keine Angst. Erstens wird es in einem Jahr noch einmal einen AirDrop geben und außerdem habe ich euch jetzt noch eine kurzfristige Möglichkeit mitgebracht, wie ihr euch für einen anderen AirDrop qualifizieren könnt, nämlich für Heroes of Mavia. Dazu müsst ihr lediglich das Spiel Heroes of Mavia auf iOS oder im Android App Store herunterladen, dann ein Mavia-Konto innerhalb der App erstellen. Jedoch müsst ihr euch mit einem Google- oder Apple-Konto anmelden. Wenn ihr euch als Gast registriert, ist dieses nicht gültig. Als nächstes müsst ihr das Einführungstutorial abschließen. Dieses Tutorial zeigt euch, wie ihr euch durch die Mavia-App navigieren könnt und eine Basis aufbauen könnt. Wenn ihr das erledigt habt, geht ihr auf mavia.com und verbindet eure Wallet, um ein Account zu eröffnen. Auf dieser Wallet werdet ihr dann auch die AirDrops erhalten. Wenn eure Wallet verbunden ist, klickt ihr auf Mein Konto und verbindet das gleiche Google- oder Apple-Konto, das ihr auf eurem mobilen Gerät verwendet habt mit eurem Web-Konto. Dann drückt ihr auf dem Mavia AirDrop-Bildschirm auf Verify, um zu bestätigen, dass euer Konto korrekt synchronisiert wurde. Wenn die Synchronisierung erfolgreich war, erscheint nach einem Anti-Bot-Capture ein Pop-Up mit der Meldung Account Verified. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, ist der AirDrop bestätigt. Finde, das ist echt eine der einfachsten Arten und Weisen, sich für einen AirDrop zu qualifizieren und auf jeden Fall besser, als Tag ein und Tag auszuschorten oder zu longen. Habe das auf jeden Fall schon gemacht und werde mir auf jeden Fall bis zum 6. Februar etwas Zeit zum Zocken frei machen. Das Praktische ist ja, dass man das von überall machen kann, da das Spiel auf dem Handy ist. Was sagt ihr dazu? Probiert ihr es auch aus? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst mir auch gerne ein Like da. Denkt auch an unser Gewinnspiel, in dem ihr die Chance habt, 50 UCT zu gewinnen. Dazu müsst ihr lediglich den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und ein Like im Kommentar da lassen. Viel Glück an dieser Stelle. Außerdem hatte ich überlegt, dass ich jetzt einmal die Woche ein Q&A am Sonntag veranstalte. Schreibt mir also alle eure Fragen gerne in die Kommentare und ich nehme sie in mein nächstes Sonntag-Video mit auf. Dann lasst uns jetzt auch mal über FTX sprechen und es ist endlich soweit. Die fangen an mit der Rückzahlung. Jedoch sollte man sich nicht zu früh freuen, denn man bekommt lediglich den Wert der Kryptos zurück, die sie am Tag des Kollapses wert waren. Sprich, zu dem Zeitpunkt war Bitcoin zum Beispiel 16.000 Dollar, Ethereum 1.200 Dollar und Solana 16 Dollar wert. Ich schätze, da werden alle Beteiligten super enttäuscht drüber sein, denn die Kryptos sind mittlerweile ja um einiges mehr wert. So gesehen ist man hier als Gläubiger direkt doppelt betrogen worden. Auf der einen Seite muss man allerdings auch sagen, besser man bekommt den damaligen Gegenwert, als dass man gar nichts bekommt. Ich persönlich hatte nie etwas mit FTX zu tun. Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr Geld durch FTX verloren? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall einer der Gründe, weshalb man nie seine kompletten Coins auf einer Exchange halten sollte. Persönlich bin ich bei sehr vielen Exchanges angemeldet und habe meine Coins überall verteilt. Und die Coins, die ich einfach halte und nichts mit denen mache, habe ich auf mehreren Wallets verteilt. Ich persönlich gehe da lieber auf Nummer sicher. Habe euch unten in der Videobeschreibung die Exchanges verlinkt, die ich persönlich nutze und auch einen Link zur Wallet, die ich nutze. Nicht nur FTX-Kunden bekommen ihr Geld zurück, auch Celsius wird mehr als 3 Milliarden Dollar an seine Gläubiger auszahlen, da der Konkurs des Unternehmens offiziell abgeschlossen ist. Neben dem Wahlgeld erhalten die Gläubiger eine Beteiligung an dem neu gegründeten Mining-Unternehmen Iconic Digital. Etwa 98% der Gläubiger von Celsius Network haben dem Plan nach 18 Monaten vor dem Konkursgericht zugestimmt. Es wird erwartet, dass Iconic ein börsennotiertes Unternehmen wird, sobald es die Genehmigung erhalten hat. Sie sagten, es sei ihnen gelungen, die Kryptowährung der Plattform zu sichern, ein Deal mit den Gläubigern auszuhandeln, den Teil des Unternehmens, der weitergeführt werden konnte, zu reorganisieren und Fälle mit dem US-Cistiz-Mysterium beizulegen. In einem separaten Antrag teilte das Unternehmen mit, dass PayPal und Coinbase die Kryptowährung vertreiben werden. Celsius hat im Rahmen seines Konkursverfahrens auch einen Vergleich mit den US-Behörden über 4,7 Milliarden Dollar wegen Betrugsvorwürfen geschlossen. Der ehemalige CEO Alex Maschinski, der im September 2022 zurückgetreten war, wurde wegen Betrugsvorwürfen behaftet, weil er angeblich den Preis des Celsius Tokens manipuliert hatte. Eine Anschuldigung, die er bestritten hatte. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.